ja und willkommen mein name ist an die rolle p und bergert euch zurück zu let's play sendless zone 0 wir kümmern uns heute um die letzte agenten geschichte jedoch übrig ist außerhalb der von von chinji weil die wollen wir uns auch bewahren wenn irgendwann noch ein charakter ist wenn noch ein charakter befügt weiß ich wollte jetzt erstmal alle standard charaktere von der standard gotcha hier durch durchgehen und trainer ist die letzte und da machen wir doch heute also direkt da rein von immer keine zeit und gucken wir mal wo es hier weitergeht job hat kurz vor den regalen bevor er geht wer an einen entspannten morgen guckst du mit bellen dein zimmer ihr versucht ein level zu bezwingen an dem ihr schlange festhängt schnell weißes level ist fast geschafft dort oben ist noch eine trophäe aber das ist mir perfekt abgeschüttet haben wir auch gut ich wusste wir schaffen das als nächstes ist der post dran also das ist erst eine pause einlegen nach diesem level muss ich kurz weg um etwas zu erledigen genau ich kümmere mich um den laden na gut aber rina gerade nachgeschickt sie sagt dass sie vielleicht in einem besonderen kunden in den laden bringt was ich dann wenn ich zurück bin wir haben schon wieder kummern ok dann überlasse dass die emloper kannst du mich anrufen kurz darauf verlässt die videothek du sitzt noch eine weile auf dem sofa und zockst dann hast du eine lautes kreuz von unten vielleicht arena mit ihrem besonderen kunden eingetroffen also gehst du nachsehen was kann ich für dich du soll ich habe wieder ein charakter bedingt freundschaft aufbauen kann wer sind diese alte dame ich bin zu viele ich bin zu einem die sagen es gibt sie sie der quatsch sie stören nicht alter aber wie weiß zu der hinschaut doch einfach mich ich weiß doch ja alles war videokassetten gerade auf wir haben ein videokassetten laden wie du kannst dann gibt es noch gar nicht mehr ist auch voll der retro laden hier dann auf wieder gar nicht aufgefallen wir haben ja ein video versetzen ist eigentlich voll retro dann in dieser welt außer wir befinden uns so ungefähr in der zeit rechnung wir haben auch irgendwie weil ich die händen sind so von daher weiß er mit dieser dieses kissen hat meine schwester hat irgendwie so ein komisches kissen mit so blödes gesicht popos spielzeug nuiぐるみで思い出したんだけど いつもヘラヘラしていて丸いと言えば 喫茶店にいるパンダさんが近いんじゃないかい 一筋の希望が見えてきましたは 六分外には滅多に足を運ばないものですから 貴重な情報をご提供いただき感謝いたします 冷写おばあ様そうと決まれば早速 なぜひ私はもう歩いてないよ 足は痛いし 目の頭も乾いたいたいたしかに もう何時間もあるきっとしてしたわね かしこまりました 列車おばあさま こちらですこしやすませていただけましょう er muss ja wieder hat den block ich habe ja ich gesagt irgendwie an das dinge gedacht hier jetzt dazu nein ich habe jetzt immer offen da ist man mal zimmer offen dass ob jetzt immer offen war übrigens das ist schon jetzt eine weile her aber wir haben irgendwann eine dinge ins geschickt kommen wir ja wir haben irgendwie eine e mail ihr geschickt von einfach so als die version der update wurde das ist irgendwie krass die haben erfahrungspunkte und 500.000 dennig ist ganz schön krass ist und fünf dinger zum aufladen für die energie einfach so gratis schon krass wie großzügig die macher von diesem spiel sind da muss ich jetzt hier wieder ein foto machen da muss dann abbrechen kurz im dings blockieren wenn man immer meine user id da sieht direkt so auch wenn ich die mal wegdrücke jetzt habe ich das ding neu aufrufe kommt dann wieder da speichern warum nicht da wird immer angezeigt auch wenn man hier das ding weg drückt hätte ich ein bisschen rotzfrech finde so wenn das foto zurück alles klar da schaue ich dann da ist ja so wie ein tz hat aufgestellt wenn ich wegwarten mein laden es war ein extravaganter nacht es ist ein extravaganter nacht da bin ich ja beruhigt ja das foto diese dinge die man ja in den bellen immer hat an diesen holzstäbchen hier sind welchen muss man sich ein monster untermachen der monster und weiß ich weiß gar nicht was die irgendwie gemacht sind die sind irgendwie auch diese sind irgendwie aus wie so marshmallows oder irgendwie so hat aber ich glaube die sind irgendwie mehr so so wie eis oder irgendwie so was auch gar nicht das sind diese dinge die man macht wenn man irgendwie so leute mit so einem hammer in so einen krug rein schlagen um den teig irgendwie zu kneten dann formen die daraus so welche nach unten ja dann so ein holzstäbchen dran weiß nicht sie irgendwie auf die teig oder so oder irgendwie so hat irgendwas süßes glaube ich in der auto betreten das studio so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 alles war ein bisschen skippen weil ich finde irgendwie ruf weder wo von allen dreien eingemacht die drei wenn jeder von den verkäufern einzeln spricht sie gleich eigentlich nicht sehr laut aber wenn alle drei zusammensprechen klingt dieses ununterbrochen ziemlich erschreckend öfter anladen 141 schließt an vielen orten filialen ich denke mir immer dass man die funktion der drei doch bestimmt auch in einem einzigen baum interagieren könnte dass sie so gerade in drei aufgeteilt wurden sollte vielleicht den charakter von 141 aufheben könnten den drosella und anastella kombiniert werden das sind ja beiden puppen kombinieren das ist ein sehr reizvolles wort zum beispiel könnte man kampflich einen tempo rekombination schlaghafter aber jetzt sich zeit für solche überlegungen sollen uns auf das fotografieren konzentrieren er hat all quark welchen nein aber nicht da war er noch gehört ich meine aber noch irgendwo hat wo da bin ich hier am fotografieren ja ja da hat sich kann man einschätzt kommt wieder vorbei ich glaube er überdenkt nach hier ein bisschen zu sehr ich habe sowas für wir suchen ihr wort welchen quark welchen dango aber so war der platten sind ja eigentlich auch aktiviert hat für eine zeit leben wir ja eigentlich wenn in der schöne erinnerung gar nicht so drüber nachgedacht der voll retro alles ist ich würde sagen violine klavier ich würde ja sagen klavier ja klar wenn das hätte allerdings letztens habe ich irgendwie gesehen in der six street wie zwei typen wie kohlen angemacht hat so ein vertrauensalte ist ja die ist auch schon so angezogen so eine meinte ist auch dafür zuständig irgendwie leuten irgendwie gefallen zu tun irgendwie soll in der art hat er glaube ich gesagt damit ich bin weiter hingegangen so einfach so wie sie angezogen ist bettelt sie doch darum nach aufmerksam zu kalt zu schreiben also richtig harte sachen da konnte ich irgendwie auswählen ob sie da konnte ich irgendwie auswählen wie kein auf reagieren soll habe ich irgendwie sagt kohlen holen die kettensäge die typen dann so oder kettensäge und da sind die abgehauen und heute dachte ich sah voll cool aus dass ich sie beschützt habe ok ich wollte mal sagen bitte nämlich weiß wir sind ja fertig mit der ersten der ersten quest ich glaube ich habe jetzt noch in der höhle gehen so kippen 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 bank Das ist kein Dango, das ist ein Bangbo. Das könnte dieses Wellen-Quark-Wertig sein. Das ist ein Bangbo. Wenn man Ferrys Stimme eigentlich und den ganzen Laden hier ist, meine Frage beantwortet. Ich meine, diese Szene von den Simpsons, als Apu gerade irgendwie ausgeraucht wurde von jemandem drückt ja unten, unter seine Katze irgendwie den Alarmkopf, dann geht der Alarm an. Lautloser Alarm aktiviert. Neapolitan. Neapolitan. Neapolitan ist dieser Schoko-Wanille-Erdbeer-Sorte. Neapolitan. Neapolitan. Braune Haare an einer Seite, die braune sind die Pink. Die hat immer so weil so so vanillefarbige Sachen an, glaube ich. einfach Ich habe mich nicht so gut, aber ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich nicht so gut gemacht. ich schätze uns als unerwartes malen ich habe ich gerade gesagt wer hat das gedacht ich bin klüger als du weißt doch ich habe schon gedacht sprich mit weil sagt mir genau was gerade alles passiert ist weil die frau die gerade unseren land pflastert weg die von arena gesprochen hatte jetzt eine sehr schwungvolle frau eine reaktion nach zuurteilen hat es heute wohl einen sehr anstrengenden tag kein bundesrede in ihren nacht von einem besonderen gast gesprochen hat die ganze straße zu fotografieren hat mich erschöpft dass ich da warum helfen konnte ruhe ich erst mal aus blablabla pause das klar weiter ist du es vollständig vergisst das klar los geht es direkt weiter 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 als auf den dominaplatz frühstück kaufst du zufällig auf rieder guten morgen chef wir sehen uns ja nur selten zur zeit ist frühstück hier ja ich brauche nur zufällig hier ich bin noch zufälliger vorbeigungen da wollte ich den anderen gleich etwas mitbringen ach ja und wegen frau die antrag für die wellenkohle trophäe wurde eingereicht so schnell ich habe nur den antrag gestellt das gesamte prozert der prozedere prozedere ist prozedere bis zum erhalt dauert wohl noch zwei oder drei tage dann werde ich einen geitenden moment finden frau die schatz zu geben und ich habe nur die früher trophäe geben willst ach das wäre ja großartig wenn jemand der preisverlernung beiwohnfreude sie sich bestimmt sehr also abgemacht ich muss zurück zur victoria housekeeping korb ich könnte mir wünsche mir einen schönen tag wir haben was gut ich sehe nur ich von riener verabschieds geht zurück in die videothek schau dir die situation in der videothek an was für eine situation ich bin noch gar ich habe er sehe was da los ist was machst du ja alter aus irgendwie hier ich heiße weiß die suche bestimmt er aus also unseren persönlichen bahn wo mit dem er ja meine höhe reingehen kurzzeit spring kommt wieder in die videothek ober様は再びヘラヘラ団子を探しになられているのですわね これもまた審査の一環なのでしょうか ober様こちらのお写真の中にお探しのお団子はありますか 聞こえていらっしゃいますかレーシャーおばあさま tvに夢中のご要素ですわね 店長さまカドのテレビで流れているのは何でしょう 映画のコマーシャルか何かのように見受けられますが das ist immer so next gen name von einigen videokassetten dann geht es um eine höhe die in der stadt auftaucht und stimmt aus der videothek er hat jetzt geschafft von rina dieser altfrau ist geschafft von rina eine bangus stippe zum naja macht das nicht alte hatte so schnell so weit kann ja eigentlich nicht kommen da habe ich diese katzen man gerade so erschreckt wollen fliegt wo ist es sicher bitte macht ihr keine sorgen frau lescher wir wollen dir helfen helfen genau ihr müsst mir sofort helfen wieder wieder samt kleinen helfer leiden ich bin weiß vielleicht sind noch andere quark welche in gefangen ich kann sie nicht allein retten ich bitte euch hilft mir sie zu finden macht ihr keine sorgen wir werden dir bestimmt helfen aber jetzt zuerst musst du uns sagen was dieses quark welchen quark welchen eigentlich zuerst bringe ich dieses kindern einen sicheren ort wartet auf ich bin gleich wieder da und gehe mit euch auf die suche oder jedes antwort ab so an rennen frau lescher das bango und klammern in richtung gemischt waren dann 141 und auch 141 will sie nur das mal dahin gehen ich glaube irgendwie nicht vorstellen mit die frau am rennen ist aber okay na klar warum nicht gleiche situation wie damals mit von leiten die höhe da hat es doch sich ein gut ich muss nicht mehr ich muss mich mehr anstrengen frau lescher so verletzt so verletzt sich nur wenn du irgendwo hin willst können wir langsamer gehen und du uns unterhalten wir dürfen nicht gehen wir müssen rennen jeder kleines hilfelein sonst werden wir eingeholt weil ich weiß ich verstehe auf den korrekten nach ohne rieder auszusprechen zu lassen hat sie hastet frau lescher in richtung der metro warum stehen wir einfach nur da und warum stehen wir einfach nur da und lassen die weg rennen jetzt genau wie damals mit hier von leikon also eine mädchen irgendwie erklären wollten und diese auch die ganze zeit weg gerannt loben auf das ist ein bisschen doof aber genau in den bildschirmherr kommt laut der metro ist frau lescher ausgewöhnlich still und stiftet glücklicherweise keine unruhe schon mal steckt sie in lobener platz aus ich sehe sie gleich da drüben wo da alter bleibt stehen es sollte weit genug von der höhe weg sein nein 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 die kleinen quad kürchen sind viel anfälliger als erwachsene selbst auf diese empfehlung können sie doch nichts ausweiten wir müssen weit weg bist du noch ein bisschen er da ihr solltet euch schnelles zum staub machen die höhle kommt hat ihr kriegs rückblick oder was frau leicher scheint erschöpft zu sein aber es gibt ihre flucht nicht auf und kastet das bango und klammernd in richtung des flussufers wieso kommt es war als dass sie mich für ein bösewicht hält das kann nicht mehr so weitergehen diesen ziellosen umherrennen einer trainer stelle doch ein beilchen oder so unsere charaktere sind so passiv eigentlich also bleibst du jetzt mal stehen gibt's dir gut frau leicher sieht wirklich erschöpft aus frau du hast eben erst im mund geöffnet das aus frau leicher ursprünglich los als hätte jemand auf ihren startkopf gedrückt wie sie nur hin ist wer von nichts anderes übrig als jetzt folgen also so wer weiß hier möchte was sie sein der ganzen mpc ist hier platziert ihr auf eines von diesen drei tieren er denkt sie vielleicht dass sie ganz in bewegung ist sei nicht so überrascht die mal dabei war ich wollte dass sie war es war ich bei Ich bin Rina und ich bin der Videobeschichte von Akira. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann, können Sie die Hände, die Hände hier? Schauper, eine Hände Hände Hände, eine Hände Hände Hände. Und eine Hände Hände Hände. Die Hände Hände ... Ich weiß nicht, dass ich die Hände, was ich zuerst! Ich habe alles verloren. Ich muss ich nicht sehen. Es ist ja los. wenn er hat sie alles noch was vorspät nicht angeblich dass sie noch ein paar vietnam flashbacks gab gerade uns wirklich vergesse eine stunde dauert anscheinend okay ich halte mich auf den auf ein zwei texte habe ich ein bisschen übersprungen ok ich soll mich aus alles klar ich bin jetzt bin ich hier was war weil ich weiß noch mal da ist passiert das ist neu ja ich bin auch der aufkrankt das war Das ist ein Mensch, ne? Ich glaube, es ist ein Wormorz. Es war auf dem Manner-Mode. hmm ist das nicht ein Passwort? die agenten hier sind irgendwie so registrierte agenten ich weiß ich weiß sie heißen alle agenten so heißen die spielbaren charaktere aber ich hatte alle irgendwie so weit nicht offiziell irgendwie so was sind das ist so so konto ist er bei janein janein toni kaku oba samana doris hier auch kakai der dte ich karte taki kaste noch was das tun das koto war zubiakarität so ui koto des war so ui hini der war ein koto war so ui koto war so ui koto war wachsinn der wachsinn der wachsinn der wachsinn der wachsinn der wachsinn da war ziemlich offensichtlich bedenkt er hat gedacht eine echte töle bereits sich gerade aus obwohl er nur im film passiert es gibt es nicht ich muss gleich schlafen gehen vielleicht wahrscheinlich sagen dass wir eine pause machen da war schon wieder eine höhere kommt doch nicht mehr hin muss weg das sind diese quark welche wirklich sie wollte doch mit der wellenkultur zu frau lager gehen um sie danach zu fragen weil ich sonst noch gesagt dass ich beim nächsten mal um sie kümmern sollte aber am ende war es heute hat auch wieder der laufbruch muss über den ganzen lubina platz rennen vielleicht ist das ein schicksal mit rina wo ich jedenfalls ein bisschen ausbau oder pause ist klar so alles vollständig vergisst da kommt dann aber der dingens will ich mal sehr stark vermuten und war schon gefahren stufe 85 da war vorhin glaube ich nicht mehr in der lomla galerie gibt es heute eine sonderaktion und bahn haben verabredet aufzustehen um die angebot zu ergattern wahrscheinlich seit nicht früh genug aufgestanden ich wusste auch dass wir früher kommen sollten jetzt sind wir so lange angestanden und haben den halben schlange ist nach der halben schlange ist alles ausverkauf wir wissen unser glück wohl in einen anderen laden versuchen hätte ich nicht gedacht dass so viele leute anstehen würden übrigens hast du frau lager heute gesehen nein wie kommt so plötzlich auf die frage er hat ihre hat das in ihrer letzten nacht was ist los ich bin gerade auf dem weg in der bibliothek wir sprechen weiter wenn wir uns sehen bitte alter laging für mich hin falls sie von mir da sein sollte vielen dank das waren die das worte dann sollten wir wirklich direkt zurück den laden und auf ihn erwarten gut gehen wir nächstes mal stellen uns früher an und so macht ihr euch sofort auf den weg zurück in die videothek nein ist was passiert hierher Es ist ein Klocken. zum weissen bei den krankenhaus um die quarkbärchen zu retten es ist Warte, vor 41 Jahren? Wer noch einfach weiß, will in Google eingeben können, der hat am schönen als Wettbewerb teilgenommen, ist er ins Krankenhaus geliefert worden. Warte, 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 warte. Warte, 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 w datensammlungsfunktion sorgt werden durch den vergleich und den auswertungen der bewertungsdaten der zielpersonen aus den letzten 24 stunden konnte ich ihren wahrscheinlichen aktionen standort schnellstens bestimmen so ein funktion gibt es warum hast du dich das früher gesagt vorher muss ich noch klarstellen dass ich bei der berechnung auf einen großen netzwerksschnitten zugreifen und mehrere gruppen parallelen rechercheneinheit aufrufen musste wo ich die energie verbraucht umweigerlich ja die stromrechnung 55 läppische 55 prozent ich bin dabei verstanden meister du hast mir die ausnahmeprächtigung erteilt die kalkulation von frau lechers aktionsrouten läuft die kalkulation ist abgeschlossen sind für die linien die ich gerade sehe du bist schon fertig keine analyse kein hack diese zehn prozesse die 55 prozent sind viel zu schnell aufgaben weil ich nicht das ergebnis frau lecher mit einer wahrheit ich habe von 7,1 prozent in die höhle gegangen das tribunal hat zwar gefehlt aber dafür ist das ergebnis witzig jetzt müssen wir sofort benachrichtigen irgendwie klar rena frau leischer könnte in eine höhle sein in diesem möglichkeit ich überhaupt nicht gedacht gleich hat immer versucht die höhle zu entkommen und sollte es jetzt alleine eingehen ich glaube an diese folge um schließlich gibt es niemanden der sich mit der höhe besser auskennt als euch beide da sind wir arbeiten die beiden puppen es kostet uns 55 prozent der stromkosten dieser herausfindung bereiten liegt bei 97 prozent ich verstehe ich bin der ermittlung fast fertig ich kann mich zwar bei der sicherheitsbörde melden und auf die durchsuchung warten aber ich würde frau leischer gerne selbst heraus holen schließlich habe ich meinen versprechen quarkbällchen zu finden noch nicht erfüllt dafür darf ich also beauftragen mir in der höhe zu gehen die war guide so dass das mir dankeschön dann bis später dann mal los alles klar eis und elektro dann nehmen wir natürlich nehmen wir hier eis und elektro ich habe jemanden soll ich sie mitnehmen ich nehme sie mit habe ich genau da habe ich drei punkte nämlich weil ich habe zwei physische charaktere zwei hausmals dann kriegt ihr ja seinen passiven effekt weiß noch nicht weil jeder jeder manns passive effekt ist aber so besser die auszulösen ok je mehr charaktere ich habe desto mehr kann ich auslösen um die war kann ja mal kurz ein schluck äh wetter guide das hat sich gut an Ja, das ist sicher, dass es der Guide zu sein wird. Also, dass er die Namen nicht so gut an sichern will, weil er ein Name ist. Wenn man einen entsprechenden Namen anwendet, kann man eine richtige Name sein, ist ein großer Vorteil, das heißt. Jetzt kommen wir zur Grundlage. was schon immer mal denn jetzt mit der johannin wirst du oberzimmer war aus schluck in schluck nicht kohäste noch mutter muciuk kann ich ja noch johannes dinge johannes johannes 41 jahren da habe ich geantwortet was hat das denn mit quarkbällchen zu tun sie denkt bambus in quarkbällchen ist ein bisschen offensichtlich okay so alt wie sie weit 41 jahre ist so alt wie sie keine chance 彼女は白髪病院の看護師だったのです 主に赤ちゃんのお世話をされていたようです な ずっとニコニコしてるわねぇ 早く寝るのよ たくさん寝る子はそれだけ早く大きくなれるわ Achtung! so gut dass die jahre aber was ich dir das war ich möchte das ich möchte das ich möchte ich möchte ich möchte das ist das ist sehr voll ich kann hierunter gehen wenn ich davon runter gehen er wollte schon sagen ich will mich ich bin wir haben wir sind ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ich sehe nicht. wir wollen sagen wie die tür dahinter kaputt die tür dazu geht dann kommen wir gar nicht noch vorbei nein das nächste die sachen ja so ist ja ja nicht Ich schaue. Oh, natürlich hat der Guide auch sehr gut gemacht. Das ist ja, ich werde jetzt erst mal gehen. Ja, das ist ja, ich werde noch ein paar Jahre lang. Ja, ich werde noch ein paar Jahre lang, aber ich werde noch ein paar Jahre lang, als ich als Frau, als Frau, war eine Frau. Und dann hat er auch noch einen Konferenz. Also hat er auch noch einen Konferenz. Ja, das war das Miss City Konferenz. Ich habe nur eine Freundin, aber auch nicht nur eine Freundin, Ich habe das Gefühl, dass er auch seine Potenzial hat. Wir müssen auch weitergehen. Er ist ein Dwarf Schmuck-Horst. Er hat sich alle überrascht. Er hat sich überrascht. Er hat sich überrascht. Okay. Hey. Okay, erstmal unseren ersten kampf heute also war dieser einfach gegangen wie nach dem fernsehen wie zu schauen okay weißt du sieg ich meine rien habe ich mir über wie man sie spielten ich hab sie ja aber sie hat nicht ihre persönliche waffe ausgibt von meiner renate die persönliche waffe und da sind ihre haare ein bisschen am leuchten so muss ich natürlich noch den letzten moment sagt okay weißt du sieg ich liebe die musik ja ich liebe es wenn ich angekommen die gegner rennen da rein gesagt ich sehe darauf die reihen auch rein ja ja okay das ist schon seit ewigkeiten bekannt wenn du hier herunter jetzt kommst du nicht mehr zurück was das ist ja auch nicht mehr zurück ja das ist ja auch nicht mehr zurück ja 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 da kommen wir auch irgendwie bekannt vor ein bisschen wie die sparkler aus hong kai star als sie mal ihre stimmen ja bestellt hat es ist glaube ich bis zu dem was auch ich muss wieder jemanden stehen lassen wenn sie ihre stimmen irgendwie verstellt jetzt müsste ich halt mittlerweile ja hochgeladen haben habe ja sparkles christia hochgeladen erwartet okay das verdienen das war ja 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 und da ist man irgendwie eine andere weil ich habe irgendwie nie irgendwie alle hp oder ein leben auch sie ist für den kindern zurück gerannt diese höhe nachts kam alles klar ja 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 Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wissen. Ich hab auch gesagt. Ich bin bereit. ich weiß es ganz schön impact hat von story telling ja muss mir auch irgendwie ein mpc gerät zum charakter haben dieses eigentlich gehen sollte geht schon wieder einen charakter der nicht der charakter ist der promoter wie klar ich kann die kann man nicht kriegen noch nicht jetzt jetzt hier runter jetzt hier nach rechts geht ok wenn wir raten wir müssen bewegen dass man darunter gehen jetzt gehen wir darüber das ist ja hat kann man hat ja von massel dann ich nehme ich nicht so aus ja 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 da meinten sie mich fast okay nein gott das war jetzt nicht wirklich hier die ganze zeit ja okay ich bringe auf den rücken der hydra und auf den rücken der hydra weil ich habe es nicht gecheckt aber trotzdem es war die beiden das letzte kam sie mal es gibt aber okay ideale tauchen wir auf ich habe es mitbekommen wenn wir hier einfach wieder einlaufen kann anscheinend es ist nicht gemeint dass alle quarkbällchen gerettet wurden das lena eins von diesen quarkbällchen sie packt ruselein wie sie es in der bibliotheke teil hat und hält sie fest ich schaffe dir etwa Okay, ich werde nichts mehr tun. Das ist nicht anders, Frau. Das ist ein Schmuck. Das ist nicht anders. Das ist nicht anders. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie geht es? Geht es? Reisher Christy. Nämlich 2,107. Ich habe keine Ahnung. Die Hela Hela Dango ist jetzt und die Böse der Böse der Böse der Böse. Die Hela Dango ist schrecklich, aber... ...dem ich die Körse-König zu sehen, wenn ich immer, wenn ich... ...dass ich die Hela Dango ist, als die Beleum des Böse. Sie sind auch in der Körse-König, die in der Körse-König sind. Sie sind nicht verloren, das nicht... das ist die eine von denen aber ja so kira die oma chikrafen also eine kleine musik okay was zu mir war das ist und wenn sie sich ja sind es ist so hart oh es ist so hart oh ja fadig fadig hier was ist das? aber dass die frau die ganze zeit nur so angefangen naja kommt macht aber auch schaden ich kann es kommen aber ein bezieher einseitige waffe hoffentlich war irgendwann also sein also das rena mindestens 41 der rena ist dann 41 die musik ich hasse meine kinder das ist ja so ein quarkbärchen Ja, das war vor fünf Minuten. Das war sie. Alzheimer-Bier-Trip. Das war die Einstellung, die in der Bibliothek abgespielt wird. Das ist voll geil. Ja, die waren geil. Also, der mich irgendwie so an die Tales auch sehr erinnert, wo eigentlich irgendwie nicht so ein ähnliches Lied oder so. Irgendeine andere, irgendeine andere Spielserie hat mich das gerade erinnert. Ich weiß noch nicht welche. Ja, doch, ich bin ja alle, meine Damen und Herren. Ich bin der Schindel- und Hersteller. Ähm, ähm, ich bin der Schindel- und Hersteller. Ich bin der Schindel- und Hersteller. Also, ich bin der Schindel- und Hersteller. Nein, ich bin der Schindel- und Hersteller. Ich habe vorhin schon erwähnt, aber diese Frau ist nicht der Anwesagern. Aber was ist das? Sie ist eigentlich der Anwesagern, der Reisha-Kristi und der Anwesagern. Das war's für mich. Wenn es nicht so gut ist, dann wird die Frau noch immer noch die Kinder zu suchen. Das war nicht so schlecht. Ich denke, dass es so gut ist. Ich werde die Analyse für die Analyse wiederholfen. Ich werde die Kirche wiederholfen. Das ist später. Ich werde die Frau nach Hause bringen. dass wir in der zwingung mit einer leichten vorbeigung geht sie mit frau und den angestellten soll zurück den laden gehen und auf wahren von ihr zu hören einige zeit später kommt die tür der videothek wie steht zum lächer dann kommt ihre erinnerung zurück aber nicht dann ist ein ganz schön trübes ende okay also sagt vor der peter ende hier alles kann ich dagegen tun da gibt es ja ein starkes anheimen Oh, Mann. vergesst mich nicht das wollte ich nicht sagen ich hatte auch noch meinen namen vergesst ok quark bällchen so sein sollte ich mein quark bällchen nennen weil so ist es also freilich hat uns vollkommen vergessen hat sie dich überhaupt getroffen aber ich habe das cool das ist doch etwas fehlt etwas sehr auch so moment bei der frau konnte sich am ende gar nicht mehr an meinen namen genauso ist es aber das betrifft dich nur dich sie kann nicht einmal mehr sich an rieder erinnern es wird alles gut das ist wirklich ich habe mir nachrichten über das kognitive korrosionssystem angesehen da man kann auch wer text hier einpacken wie es hat wir haben geschafft hat den text nicht zu ändern also immer ich habe mir nachrichten über das kognitive korrosionssyndrom angesehen und es gibt wirklich viele in denen eine verbesserung eingetreten ist es hat sich zwar meine vollständig nicht um eine vollständige genesung aber einige wertvolle erinnerungen können langsam wieder herr wieder kommen hoffentlich kann sich jetzt an rieder erinnern dann geht es nicht darüber nach bei der ganzen rennerei in diesen tagen sind nicht wenige andere aufträge liegen geblieben ich sollte mich erst einmal wieder auf proxy gewerbe konzentrieren ehrlich gesagt ist da nicht mehr so viel übrig manche quark welchen sind ewig haltbar wir sagen schon bald alle hier trophäen erledigt haben so als wir eigentlich nur noch shinji questen aber um die kümmern wir uns erst einmal sobald noch ein weiterer charakter eine weitere agenten geschichte irgendwann mal hier freigeschaltet worden ist weil ich mache immer ja meine speziellen intros und sowas alles ne und ja ist marina eigentlich auch freigeschaltet haben ja alexandrina sebastian und kollega bin ich schon arbeiten ja die bauen nur noch ein level ich weiß nicht ob ich da irgendwann mal hier so rein schneide oder irgendwann sehr viel später mal schauen ich weiß nicht wie es hier doch weitergeht ne es kommen erst mal so zehn tage hier nichts ruhig sagen was ich irgendwann mal erschienen dies quest auch noch aufnehmen dann kann ich da reinpacken jetzt schon wieder ein neues event hier am starten mittlerweile habe ich hier glaube es war irgendwie so fotos machen und so ist abwesker auf der rechten seite dann muss man die fotos machen von einigen charakteren ja ist er sich so besonders ich muss mal kämpfe machen da stehen sie ist fest da muss ich irgendwann auch noch mal versuchen der operation ernte wo man hier gegen die weh kämpfen muss aber ich fühle mich immer noch nicht stark genug ich will erstmal einige karakter auf level 60 springen und hat hier zu versuchen um mich daran zu wagen nur um sicher zu gehen ich habe wieder ein paar für diese bang bodinger 47 suchen als war da kann man ja noch kurz verbauen sonst habe ich nichts weiß aber noch nicht ob ich hier für sie pullen werde spätestens wenn die nächste gacha angekündigt wird werde ich hier weiter spielen oder auch nicht je nachdem aber erst einmal sage ich wir machen hier weiter ich muss ich muss drei drucken er sagt gleich gegen war ja dieses ding was ich da ausgewählt habe 2a habe ich wieder ein paar hatte ich habe ich schon ich habe ich schon maximiert wenn ich wieder meine sachen ich habe ich glaube ich noch gar nicht oder ich glaube ich habe ich noch gar nicht oder ja dann hat ich noch gar nicht dann habe ich glaube ich alle achten bank muss jetzt also nicht mal zum mod shop hier ich habe jetzt alle arbeiten muss auf dem ich ja hier fehlt mir noch einer magnet und wenn wir auch die s machen muss ok das heißt hier passiert ist erst mal eine nächste woche nichts für mich jetzt ein ereignis mit china das nicole hat die charaktere herumlaufen jetzt ok das heißt hier wird erst mal so die nächsten zehn tage außer man jetzt irgendwie ein event oder so kommen dann selbst wenn event kommt ich da wahrscheinlich aufnehmen so dann heißt zehn tage müssen wir jetzt hier noch warten bis er sich was neues tut das heißt in derzeit werde ich ja meine charaktere schon weiter hochgelevelt haben und dort war sich nicht alles ne und hat dabei meine waffe hoch zu leveln aber da bin ich auch schon fast fertig ich bin gerade hier dabei rinas war hoch zu leveln wo ja bin ich fast fertig wenn der mission nicht gerade bekommen habe habe ich eine charaktere auf da wir 60 bringen die für das maschine auf der 60 bringen weil ich auch schon ja die eine fähigkeit hier hochgelevelt hat die einzige charakter in bisher ist naja alles andere kostet nämlich voll viel das ist ja auch da oben an der spitze die männer ist hier muss ich mal irgendwann hoch trainieren muss die männer hoch trainieren billig ist der einzige jährige die müssen sich ja noch ein bisschen geduld ist leider aber billig du es erstmal muss ich ein paar karakter auf level 60 bringen um die ganz schweren sachen hier zu täckeln für den fall aller fälle und ja ich verabschiede mich von ihr für das erste hier wird wahrscheinlich ich meine bis die partie hochgeladen sind ist schon wahrscheinlich wieder was neues aufgetaucht aber für mich tut es jetzt hier für zehn tage wahrscheinlich nichts mehr aufnehmen mehr aufnahme mäßig das heißt ja ich mache jetzt hier erstmal der weile pause bis hier wieder die story weitergeht oder irgendwas anderes freigeschaltet wird und dann sehen wir uns ne dankeschön fürs zuschauen ich hoffe ich hätte vorher gefallen hinterlassen leitenden kommentar um den kanal weiter zu helfen und ja ein like ein abo und alles hinterlassen hilft den kanal also macht es auch gefälligst und wir sehen uns in der nächsten folge